Liebe Kerstin, nicht vergessen, dass du wieder mit dem Enzo den nächsten Schwellenmaß-Sock-Contest moderieren musst. Senden! Oh Mann, Mann, Mann. 21 Whatsapps. Was will der Caruso denn schon wieder? Der nervt aber auch immer. Am 11. März ist der Schwellenmaß-Song-Contest. Oh nein! Das habe ich ja total vergessen. Da muss ich ja noch total für vorbereiten. Oh Gott! So. Dann war es das jetzt erstmal. Dann könnte man sich eigentlich schon mal hier wieder eine neue Vorstellung angucken. Aber erstmal... Shit. Ja, hallo zusammen. Wir befinden uns hier in der Braustätte des Vereins mit dem langen Namen. Und hier wird gerade Bier gebraut. Und zwar das Bier, das am Schwellenmaß-Song-Contest auch ausgeschenkt wird. Es tröpfelt. Aber ich möchte euch auch die vorstellen, die für diesen genialen Verein beim Schwellenmaß-Song-Contest antreten. Und zwar... Jetzt kommt's... Die vier ultimativen, genialen... Bier-Brothers! Viel Spaß mit Svenny! Hehehehe! Ja, hallo zusammen. Wir sind die Bier-Brothers und freuen uns, auch beim 11. Schwellenmaß-Contest wieder vertreten zu sein. Wir wollen uns kurz vorstellen. Ich bin der Klaus. Ich bin die Svenny. Ich bin der Tommy. Und ich der Tiger. Und wir sorgen dafür, dass euch die Ohren bluten werden. Und ich... Ich bin für die Puderas! Die Bier-Brothers sind nächste Saison wieder dabei! Ich wär total crazy! Ich wär total durchgeknallt! Ich steh voll auf Bier-Brothers!